Wies Group ist ein Unternehmen, das Internetplattformen für Automobilhersteller entwickelt, auf welchen sie Reifen bestellen können, die bei den Reifenherstellern nicht erhältlich sind. Ich heiße Joelle, ich bin Verwaltungs- und Finanzdirektorin bei Wies Group. Ich heiße Soline, ich bin Financial Controller bei Wies Group. Wies hat mehrere Filialen, in Frankreich und auch in Spanien, Belgien und Schweden. Vor AG Cup musste man jedes Bankkonto einzeln einsehen und analysieren, welcher Großkunde bezahlt bzw. nicht bezahlt hatte. Das war im Alltag äußerst kompliziert umzusetzen. Ich verwendete Excel, um die Liquiditätsprognose der verschiedenen Unternehmen zu verwalten, um die Liquiditätsprognose der Gruppe zu erhalten. Als uns bewusst wurde, dass wir unbedingt ein Tool benötigen, um unsere Liquidität zu zentralisieren, haben wir uns selbstverständlich zuerst an unsere Banken gewandt, die uns jeweils Lösungen vorgeschlagen haben. Diese Lösungen ermöglichten uns einen Überblick über die Vergangenheit, aber nicht unsere Prognose zu den Einnahmen, Ausgaben zu integrieren, wie es bei AG Cup der Fall ist. Und das ist der wesentliche Grund dafür, dass wir uns für AG Cup entschieden haben. Wir wollten ein Werkzeug zur zentralisierten Überwachung der Liquidität und AG Cup hat uns am meisten interessiert, um eine konsolierte Übersicht über die verschiedenen Bankkonten und auch unsere verschiedenen Unternehmen zu haben, um wirklich einen Überblick der gesamten Liquidität der Gruppe zu erhalten. Wir konsolieren alle Bankkonten und haben so die Möglichkeit, die Cashflows optimal zu steuern, damit jede Filiale über die ausreichenden Mittel auf ihrem Konto verfügt, um ihre Lieferanten zu bezahlen. Ein herzliches Dankeschön an AG Cup für eure Verfügbarkeit und für alles, wo ihr uns unterstützt, um unseren Alltag zu erleichtern.